Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zur Veranstaltung betriebliches Gesundheitsmanagement und ein kostenrelevantes Instrument für Organisationsentwicklung begrüßen. Mich selbst dabei kurz vorstellen. Mein Name ist Matthias Reitzhammer und ich bin Berufsgruppensprecher der Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater hier in Salzburg. Es ist wirklich sehr erfreulich, dass wir heute einen ausgewiesenen Experten für dieses Thema gewinnen konnten. An meiner virtuellen Seite Armin Ziesemer aus Schaffhausen, ein Schweizer, der auch in Salzburg tätig ist. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Synopsys Organisationsentwicklungs GmbH, die in der Schweiz und auch in Österreich vertreten ist. Er begleitet Organisationen und auch Einzelpersonen bei ihren individuellen Fragestellungen, insbesondere der psychischen Gesundheit und der Unternehmenssteuerung. Als Betriebsökonom verfügt er über eine breite Praxiserfahrung, unter anderem als Aufsichtsrat aus der Industrie und aus verschiedenen Familienunternehmen und als ehemaliger Physiotherapeut kennt er das Gesundheitswesen und die Praxisanforderungen erkrankender und auch erkrankter Menschen sehr gut. Er nutzt die Modelle der Transaktionsanalyse in der Organisationsentwicklung und im Coaching. Insbesondere begleiten ihn Themen der Potenzialentfaltung und der Gestaltung sinnstiftender Arbeit. Der zertifizierte Märchenerzähler ergänzt betriebswirtschaftliche Themen mit den Wirkmechanismen der Volksmärchen und erweitert damit den Reflexionsraum in der Führungsarbeit und Kulturentwicklung. Wir können uns also wirklich auf einen sehr spannenden Vortrag und auf einen sehr, ich bin schon sehr neugierig, Vortrag freuen. In diesem Sinne, lieber Armin, darf ich dich um deinen Vortrag bitten. Alles Gute. Ja, vielen Dank Matthias für die Vorstellung und die Einleitung in dieses Webinar. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Kostenrelevantes Instrument für eine qualitative Organisationsentwicklung. Wir alle haben gemerkt in den letzten Monaten, dass die Arbeitswelt sich gewandelt hat und damit natürlich auch die Struktur der Zeit, wie wir sie verbringen. Und aktuell kommen langsam wieder die Arbeitswege zurück. Wir bewegen uns wieder etwas mehr. Die Türen öffnen sich langsam wieder, wo vor nicht allzu langer Zeit klösterliche Klausengefühle entstanden, beim einen oder der anderen. Neu braucht es am Arbeitsplatz wieder Absprachen über die Büropräsenz. Das Alltägliche wird zur Herausforderung und auch zu einem Teil der Arbeitszeit und des Arbeitsalltags. Da und dort gibt es wieder Kaffeepausen für einen unverfänglichen Austausch. Es entstehen wieder Rituale. Präsenzanlässe erlauben langsam wieder die unmittelbare Begegnung und die zeigen aber auch wieder, welches Konfliktpotenzial das Aufeinandertreffen in vivo wieder bringt. Organisation wird also langsam wieder spürbar, wird langsam wieder konkret, nachdem ein Großteil der Organisation einfach hinter dem Bildschirm stattgefunden hat über viele Monate in der letzten Zeit. Mein Name, wie Matthias schon gesagt hat, ist Armin Zieser und ich bin Gründer und Geschäftsführer der Synopsis Organisationsentwicklung GmbH in der Schweiz und auch in Österreich in Salzburg tätig. Und mich bewegen im Wesentlichen drei Themenfelder. Zum einen ist es das betriebliche Gesundheitsmanagement, die Ökonomie. Ich bringe mit zwölf Jahre Unternehmenssteuerung, Finanzen, Rechnungswesen, fünf Jahre betriebliches Gesundheitsmanagement im Sinne von Systemen und Prozessen und vier Jahre blicke ich auf physiotherapeutische Tätigkeit zurück. Neben der Ökonomie beschäftige ich mich seit mehreren Jahren, wie Matthias schon gesagt hat, mit der Transaktionsanalyse der psychologischen Methode, vornehmlich im Feld Organisation. Bin acht Jahre in der Beratung tätig, sowohl in Einzelbegleitungen wie auch für Organisationen. Seit drei Jahren begleite ich auch Stellensuchende auf ihrem Prozess und dort insbesondere bei CEO-Coachings begegnen mir eben immer wieder das Thema der Sinn- und der Potenzialentfaltung. Insbesondere in der Männerarbeit, in der Führung, wo es mit Harald Burgauner eine Kooperation gibt, die heißt Männer in die Führung, in der wir Männer versuchen in der Führung mehr in ein neues Arbeitsfeld, in neue Arbeitshaltungen zu bringen. Und dann das letzte Feld, das was die Menschen immer so interessiert an mir, ist das Thema der Mythologie. Es geht um die Wirkmechanismen der Volksmärchen. Als zertifizierter Märchenerzähler habe ich zwei Jahre eine Ausbildung absolviert zum Erzähler und bringe auch vier Jahre Bühnenerfahrung mit in der Kleinkunst. Heute sprechen wir hauptsächlich über die Ökonomie und ein bisschen über die Psychologie. Diese beiden Felder, die Mythologie, die streifen wir nur ein wenig, nehmen aber das Zauberhafte, das Fantasievolle, das Kreative auch mit auf unsere Reise während der nächsten etwa Stunde. Wir schauen an, die praxisorientierten Ansätze zur Strukturierung der Zeit. Dann mache ich mit Ihnen eine Einführung in ein praxiserprobtes Tool zur Selbstanwendung. Das wird eine Zeit lang eine Einzelarbeit sein, eine Simulation für einen Fall auch durchzugehen. Dann gibt es einen Einblick, was eine Fehlzeitenanalyse für eine gesundheitswörtliche Organisationsentwicklung bedeuten kann. Und schließlich stelle ich noch die drei Phasen des betrieblichen Gesundheitsmanagements vor. Und was mir immer wichtig zu sagen ist, bereits am Anfang für die Organisationsentwicklung, dass bereits kleine Impulse auch wirksam werden können. Gerade in der Führungsarbeit, wo Führungspersonen oftmals auch Unsicherheiten verspüren, nicht genau wissen, wie sie Gespräche mit erkrankenden Mitarbeitenden aufnehmen sollen, wie sie ansprechen sollen. Das sehe ich in meiner Arbeit immer wieder. Nun möchte ich Sie zuerst mitnehmen auf eine kleine Zeitreise. 1895 war es einmal und ist es auch heute noch die Arbeit. Man kennt sie schon lange, die Arbeit, was die Höhlenmenschen Jahr genannten. Das war irgendwann im auslaufenden 19. Jahrhundert die industrielle Arbeit. Und 1895, das war auch das sogenannte Science-Fiction-Jahr. Das Jahr, in dem H.G. Wells den Roman The Time Machine herausbrachte. Das war die erste Beschreibung einer Zeitreise eines unbekannten Mannes, der mittels einer Zeitreise durch die Zeit vor uns zurückreisen konnte. 1895 war auch das Jahr, in dem die Bilder laufen lernten. Auguste und Louis Lumière, die beiden Brüder aus Lyon, waren fotoindustrielle. Am 22. März, also etwa 125 Jahre vor heute, da stellten sie erstmals einer geschlossenen Gesellschaft ihren Cinematografen vor. Der Film, den sie vorführten, hieß Arbeiter, verlassen die Lumière-Werke. Was damals eine Pioniertat war, werden wir heute eher ein bisschen belächeln, wenn wir daran denken, welche Datenvolumen Filmproduzenten heute verwenden, um Filme wie Avatar oder andere große Filme herzustellen. Doch heute wären wir nicht da mit bewegten Bildern, wo, wenn die Brüder Lumière ihre Pioniertat nicht vollbracht hätten. Dasselbe gilt natürlich auch für die betriebliche Gesundheit. Wir sprechen heute sehr viel von New Work, von Arbeitswelt 4.0 und dennoch hat man manchmal den Eindruck, dass sich nicht wirklich viel bewegt hat. Man spricht viel von Veränderungen, von Hierarchien, von holokratischen Organisationsmodellen und doch kommen Organisationen, etwa ab 10 Personen, dann immer wieder darauf zurück, irgendwelche Strukturen, Hierarchien bilden zu wollen. Was ich letztens gerade einmal gehört habe, ist, dass ein agiles Unternehmen beginnt, ein Handbuch zu schreiben für agiles Arbeiten. Und diese paradoxen Situationen, die zeigen sich heute und die rufen auch nach Innovation, die rufen auch danach, neue Lösungen in der Arbeitswelt auch zu finden. Wenn wir jetzt zurückreisen ins Jahr 1895 und uns einlassen auf diesen Film, wo die Bilder zu laufen lernten, den Film Arbeiter verlassen, die Lymia-Werke, dann bitte ich Sie, während dieser anderthalb Minuten etwa, sich selbst zu fragen, wann erlebe ich mich bei dieser Arbeit gesund. Und wenn Ihnen ein Gedanke kommt, dann zögern Sie nicht und schreiben dieses Stichwort einfach in den Chat hinein. Ich wünsche viel Vergnügen mit einer Reise von etwa 90 Sekunden zurück in die Zeit, als die Bilder laufen lernten. Viel Vergnügen. Ja, das Tor schließt sich langsam wieder und der Feierabend kann kommen. Ich danke Ihnen, sind Sie heute nach Ihrem Feierabend noch hier in diesem Webinar und denken mit mir zusammen nach über das Thema betriebliche Gesundheit. Es hat im Chat eine Rückmeldung gegeben. Vielen Dank dafür. Ich erlebe mich bei der Arbeit gesund, wenn ich Erfolgserlebnisse habe. Sehr schön. Erfolg, Selbstwirksamkeit ist etwas, das für die psychische Gesundheit ein wesentlicher Faktor darstellt, wissenschaftlich nachgewiesen. Nun bewegen wir uns im Jahr 1895. Was wir dabei nicht bedacht haben ist, dass 1895 die Normalarbeitszeit üblicherweise zwischen 65 und 66 Wochenstunden beträgt. Da denke ich, ist es wohl ganz gut, dass wir schnell wieder zurückkehren ins Jahr 2021, wo wir doch eine wöchentliche Arbeitszeit von 38 bis 42 Stunden, je nachdem, wo man schaut, im europäischen Raum bewältigen müssen, wo wir tätig sind mit der Arbeit. Nun stellt sich die Frage, was ist ein Geschehen in dieser Zeit, in der wir viel mehr Zeit eigentlich haben für etwas anderes als die Arbeit. Eigentlich müssten wir uns ja in einem Schlaraffenland bewegen, in einem Land der faulen Affen oder eben der Schlaraffen, wie es heißt, in einem Land, in dem in den Flussbetten Honig, Milch oder Wein fließt, dort wo die Tiere gesotten herumhüpfen oder die Tauben gebraten in den Mund fliegen. Am Wegrand würden anstatt Steine Käse herumliegen und geniessen, ja geniessen, das wäre die größte Tugend und harte Arbeit und Fleiß, das würde im Schlaraffenland als Sünde betrachtet. Dieses antike Motiv, das bereits Vagil beschrieben hat, im goldenen Zeitalter, das wurde dann von Ludwig Bestein, dem Märchensammler, noch aufgeschrieben und spätestens dann die Brüder Grimm, die haben es entdeckt, denn das Schlaraffenland, das scheint ein Lügenmärchen zu sein. Wenn wir auf die andere Seite schauen, haben wir zwar weniger Arbeitszeit, aber die psychischen Erkrankungen nehmen seit einigen Jahren wesentlich zu. Die Deutsche, die DRK, die Deutsche Krankenkasse, die hat festgehalten in ihrem Bericht für 2020, Höchststand bei Fehltagen wegen psychischer Erkrankungen etwa 265 Tage. Das ist ein wesentlicher Zunahme von mehr als 50 Prozent gegenüber 2010. Aber auch in Österreich, wenn man schaut, steigen die psychischen und die Verhaltensstörungen wesentlich an. Was ein bisschen ein Trost ist, ich bin hier in Salzburg und wenn ich im nationalen Vergleich schaue, dann gibt der Fehlzeiten Report bekannt, der Wirtschaftskammer Österreich, dass das Bundesland Salzburg mit Abstand die geringsten Krankenstände nach Bundesländern aufweist. Und vielleicht liegt es an irgendeinem Grund, den wir noch etwas weiter noch ergründen können. Auf jeden Fall ist bekannt, dass körperliche Arbeiten weitestgehend in den Hintergrund gerückt sind. Wir sprechen von digitaler Transformation, von Digitalisierung, von künstlicher Intelligenz, von Robotik, was die Frage aufwirft, was tut denn der Mensch noch in seiner Arbeit, wo entwickelt sich die Arbeit hin. Und das kann immer wieder auch zu psychischen Beeinträchtigungen dann auch führen, wenn Sinn und Perspektive verloren geht. Was bekannt ist und wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass es einen hohen Zeit- und Leistungsdruck gibt, der eine Auswirkung hat auf psychische Beeinträchtigungen. Dass eben zu viel, zu wenig oder eben eintönige Arbeit ebenfalls belastend erfahren werden kann. Altbekannt ist, dass Störungen des Arbeitsablaufs dazu führen, dass man, wenn man abgelenkt ist, dass das einen Einfluss hat. Und eben auch eine hohe Verantwortung und oder einen eingeschränkten Entscheidungsspielraum. Wir haben es gehört, wenn ich Erfolgserlebnisse habe, wenn ich mich entfalten kann, dann erlebe ich auch, dass ich Ressourcen freisetzen kann, die mich auch treiben, die ich auch entwickeln kann und in der Arbeit auch mich entfalten kann. Dann spreche ich ungern von guter oder schlechter Führung. Ich spreche gerne von passender Führung und eine unpassende Führung. Das kann auch zu Konflikten oder eben auch zu Energieverlusten führen. Ein Beispiel dafür ist eine Blaulichtorganisation, die ein Einsatzverhalten kennt innerhalb des Einsatzes oder eben ein Einsatzverhalten außerhalb des Einsatzes, was hohe Anforderungen sind an Führungspersonen. Diese Rollenkompetenz konsequent dann auch in sich aufzubauen und zu entwickeln. Ein eigenes Referat wäre das Thema Orientierung und Sinnhaftigkeit in der Arbeitswelt. Doch dazu vielleicht ein andermal etwas mehr. Was bekannt ist, dass die heutige Arbeitswelt die Psyche insgesamt stark fordert. Die Digitalisierung schreitet voran in Organisationen. Die Digitalisierung führt zu einem wesentlichen Digitalisierungsdruck. Und was auf der anderen Seite darunter zu leiden beginnt, sind die Arbeitsbeziehungen. Einerseits wie sie sich untereinander unter Menschen neu gestalten durch die Technologisierung, aber auch wenn sich Menschen auf die neue Technologie einstellen müssen. wenn sich beispielsweise ein System ablöst durch ein anderes in kürzester Zeit und sehr intensive Lernprozesse von Mitarbeitenden dann auch gefordert werden. Die Transaktionsanalyse als psychologische Methode, die bietet zur Strukturierung der Zeit ein Modell an. Und das bewegt sich einerseits von Isolation zu Weltbezogenheit. Die Sozialkontakte nehmen zu in diesen sechs Bereichen, die nebeneinander koexistieren können. Es ist nicht das eine besser als das andere, sondern die Frage ist, wann ist jetzt Zeit für mich das eine oder das andere zu wählen. Gerade Führungspersonen wählen häufig die Strukturierung der Zeit durch die Arbeit. auch das Thema der Konfliktvermeidung ist Arbeit ein guter Kompensationsmechanismus, sich dorthin zu bewegen und andere Lebensbereiche dann auch eher zu vernachlässigen. Den Rückzug, den kennen Sie vielleicht, wenn Sie schon einmal meditiert haben, wenn Sie eine Fastenwoche genossen haben oder wenn Sie kontemplativ irgendwo unterwegs waren. Dann haben Sie sich zurückgezogen von der Welt, aber nicht von sich selbst. Im Gegenteil, Sie sind sogar mehr zu sich selbst auch gekommen. Sie haben sich von einer neuen Seite entdeckt. Im Gegensatz dazu, wenn Sie sich von sich selbst zurückziehen, dann schweifen Sie ab, dann kommen Tagträume und vielleicht auch gerade im Arbeitskontext gibt es eine Flucht vor einer schmerzlichen Realität, gerade jetzt in dieser Zeit, wo Unternehmenserfolge vielleicht nicht so gefeiert werden können wie früher, wo schwerwiegende Mitarbeitergespräche anstehen, wo ein Rückzug von sich selbst auch mal ein Thema sein kann, wenn Verantwortung nicht mehr übernommen wird, wo sie in eine Rolle vielleicht hineingehören würde oder wo Führungspersonen überfordert sind, sich überfordert fühlen. Rituale, ich habe es am Eingang gesagt, die entstehen langsam wieder. Kaffeepausen, es entstehen wieder Anlässe, langsam, die wir zu Ritualen werden. Und Rituale, die können zwei Qualitäten haben. Sie können zum einen Energie voll oder eben auch Energie leer sein. werden sie als sinnstiftend erlebt und erfüllend, dann sind sie Energie voll. Da geht man gerne hin. Im Gegensatz dazu, wenn eine Anwesenheitspflicht ausgesprochen werden muss oder ausgesprochen wird oder das Gefühl entsteht, das hat ja wie das letzte Mal wieder gar nichts gebracht, dann ist es Zeit im Sinne des betrieblichen Gesundheitsmanagements zu überlegen, ob dieses Ritual für die Gestaltung der Zeit noch taugt oder ob es vielleicht Zeit ist, ein Ritual neu zu gestalten. Der Zeitvertreib, das ist schön, das ist gut, das ist oberflächlich, das ist unverbindlich, hilft auch mal etwas Zeit tot zu schlagen oder eben im Arbeitskontext auch eine gute Methode Ersatzbefriedigungen zu finden für wesentliche Aufgaben, die eigentlich anstehen würden. Zur Arbeit habe ich mich schon kurz geäußert, wo ich noch mehr darauf eingehen möchte, ist das Thema der Spiele im Sinne von psychologischen Spielen, die etwas Hintergründiges, etwas Destruktives haben. Bei psychologischen Spielen, da gibt es die gegenseitige Aufmerksamkeit, die aufrechterhalten wird, jedoch in einer negativen Art. Es geht darum, Verantwortung, Engagement, Konfrontation zu meiden oder eben verbindliche Abmachungen zu umgehen. Man bleibt im Austausch, aber doch gibt es eine Distanz, die entsteht durch diese Spiele. Ein beliebtes Spiel in Organisationen lautet ja aber, ja aber das haben wir schon immer so gemacht, ja aber das geht doch nicht, ja aber das kann man doch nicht, sind Formulierungen in diesem Ja-Aber-Spiel immer wieder mal auftreten und an diesen Formulierungen kann dieses Spiel auch sehr gut entlarvt werden und auch aufgedeckt werden, um dann eben auch zu schauen, wie kommt man entweder in eine Arbeitsbeziehung oder eben dann zu einer bezogenen Autonomie. Die Ziele von psychologischen Spielen ist jeweils die eigene Weltanschauung zu bestätigen, die ja auch legitim ist. Jeder hat sein Bild von der Welt. Das Schwierige dann in Organisationen oder das Herausfordernde ist dann, dass das Spiel ja aber zum Beispiel auch in ein Spiel hast den Schuldigen übergehen kann. das Gefühl kommt auf, es geht immer wieder um dasselbe Spiel, es resultiert eine emotionale Betroffenheit, man merkt, es kommt Wut, Schmerz oder ein anderes negatives Gefühl in einem auf, es gibt Sticheleien, es gibt Dinge, wo man merkt, da hätte ich eigentlich etwas Besseres sagen können oder etwas Passenderes und es entsteht eine Betroffenheit. Vielleicht sogar geht es dann soweit, dass der Wunsch entsteht zu sagen, das nächste Mal haue ich aber wirklich auf den Tisch und man tut es dann doch nicht und das Muster in der Organisation wiederholt sich wieder und wieder und wieder. Die Konsequenz ist bei psychologischen Spielen, dass sich die Potenziale nicht entfalten können, sowohl beim Individuum wie auch in der gesamten Organisation. Spiele sind also wirkliche Zeit- und Energiefresser für eine Entwicklung hin zu einer konstruktiven Zukunft eines Unternehmens. Der letzte Bereich, die bezogene Autonomie, das ist die herausforderndste Art, seine Zeit zu verbringen, denn darin leben wir in einem Widerspruch und zwar insbesondere in der Führung ist es auszuhalten, sich selbst zu bleiben und gleichzeitig in Beziehung zu sein und zwar in einer authentischen Beziehung zu sein, die Organisation im Sinne von menschlichen Werten auch weiter entwickelt und weniger einfach im Sinne von Arbeit, von mechanistischem Denken, dann auch Führungsarbeit verstanden wird. Eine Grundhaltung, die hier hilft, sich darin hin zu entwickeln ist, ich bin okay, du bist okay und wir schauen gut zueinander im Sinne von jetzt gelingt es, jetzt sind wir am lebendigen der Organisation dran und begegnen uns als Menschen. In Organisationen gibt es ab Fehlzeiten, das ist ganz normal, zum eines gibt es Abwesenheiten von Arbeitnehmern, vom Arbeitsplatz, die geplant sind. Urlaub, jetzt kommt die Sommerzeit, danke sind sie da und nehmen sich die Zeit und auch wenn sie vielleicht im Urlaub sind. Weiterbildung, Bundesheer, was es auch immer gibt an geplanten Abwesenheiten und dann gibt es aber bei Abwesenheiten, bei Fehlzeiten auch das Ungeplante. Einerseits Krankheit natürlich psychisch oder physische Krankheiten, Unfälle oder dann eben im psychischen Bereich den Absentismus im Sinne einer inneren Kündigung, der resultiert aus unterschwelligen oder offenen Konflikten mit Arbeitskollegen, das im Extremfall dann als Mobbing bezeichnet wird oder dann eben in hierarchischen Organisationen als Bossing angesehen werden kann. Die Kehrseite der Medaille ist der Begriff Präsentismus und Präsentismus ist ein auch eher jüngerer Begriff, der nicht einheitlich definiert wird in der Literatur. Genauso wie New Leadership oder New Work sind es Begriffe, die ihre Inhalte erst suchen müssen und der Präsentismus kurz der sagt aus, dass ein Mitarbeiter trotz Krankheit anwesend ist. Das ist häufig der Grund, wenn jemand aus Angst vor Arbeitsplatzverlust am Arbeitsplatz erscheint und eben Angst hat zum Beispiel vor daraus resultierenden finanziellen Folgen, wenn er seinen Sinn nicht mehr in der Organisation sieht und doch sagt, ich muss jetzt jeden Tag noch dahin. Leider entstehen keine einheitlichen Handlungskonzepte für den Umgang mit diesem Phänomen oder vielleicht nicht leider, sondern eben zum Glück, weil das gibt die Möglichkeit in einer neuen Arbeitswelt auch individuell Lösungen zu suchen, was ist für ihren jeweiligen Kontext eben genau das passende, um mit diesem Präsentismus umzugehen. Wir haben gesehen, dass 1895 die Arbeitszeit etwa 60, 65 Stunden betrug, heute nur noch rund 40 und diese 20 Stunden, die werden ja irgendwie auch im Leben verbracht. Und da stellt sich die Frage, sicher in Zukunft mit der Digitalisierung, was tut denn der Mensch noch in seiner Arbeitszeit, wie wir das noch definieren. Was man weiß ist, dass wesentliche volkwirtschaftliche Kosten aufgrund des Präsentismus verursacht werden. Es gibt die Studie von Boos & Company aus dem Jahr 2011, die aussagt, dass rund 225 Milliarden Euro pro Jahr, das waren damals etwa 10 Prozent des deutschen Bruttoinlandproduktes durch einen Präsentismus verursacht wurden. Ich weiß aus meiner Zeit in der Unternehmenssteuerung, dass Zahlen auch immer Anlass geben für psychologische Spiele. Ich weiß, dass die Zahl, die geglaubt wird, am Schluss auch die richtige ist und dass es vielleicht auch etwas Schamanisches hat für die Unternehmensführung, dann zu sagen, das ist jetzt die richtige Zahl oder das ist die andere, manchmal im Sinne eines Würfelspiels. Wenn wir heute mal wegschauen von den Zahlen und mehr das Thema der betrieblichen Gesundheit in den Fokus rücken, dann kann ich Ihnen ein Praxistool sehr empfehlen. Es ist entwickelt in Zusammenarbeit von verschiedenen Organisationen, wird vertreten durch eine schweizerische Krankenkasse. Also ich habe das kurz getestet, also von meiner Seite aus, ich glaube, ich habe soweit verstanden, wie das funktioniert. Ich finde das ein sehr interessantes Tool. Ich glaube aber, also für mich persönlich, ich werde sicher längere Zeit dafür benötigen, um all das auszuprobieren und meine Erkenntnisse daraus zu ziehen. Mich hat es ein bisschen erinnert daran, auch im Vergleich jetzt im Unternehmenskontext oder im privaten Kontext. Viele von uns sind ja auch irgendwo ehrenamtlich engagiert und tätig und gerade im ehrenamtlichen Bereich. Aus meiner Sicht ist es ja ganz, ganz wesentlich, diese Aspekte der Führung zu beachten. Ich sage unter Anführungszeichen im schlimmsten Fall im Firmenkontext kann man immer noch sagen, okay, du bekommst ein Gehalt dafür, also das ist deine Aufgabe, bitte mach das. das im Vereinswesen oder im ehrenamtlichen Bereich zu tun, bekommt man eine andere Antwort retour. Also dieser Vergleich hat sich bei mir aufgedrängt aufgrund dieses Spiels. Mir ist aber eine Frage eingefallen zu deinem bisherigen Inhalt, den du gesagt hast. Also für mich war wirklich spannend, also diese sechs Aspekte in der Transaktionsanalyse, das war für mich völlig neu, hatte ich so noch nicht gekannt. Also von Rückzug über Spiele, Zeitvertreib, Rituale, war wirklich ein neuer Zugang, den ich so noch nicht kannte. Und zu Beginn hast du auch so nebenbei erwähnt, dass du mit Harald Burgahona kooperierst oder beruflich tätig bist von den Männerwelten in Salzburg. Und es ist mir schon auch eines aufgefallen, die Wirtschaft ist trotz aller Bemühungen immer noch sehr, sehr männerlastig, Männerdominiert. Gerade in Führungspositionen sind mehrheitlich Männer vertreten. Gibt es da von deiner Seite aus Tipps oder Tricks, wie vielleicht gerade Männer in Führungspositionen, die jetzt, das ist jetzt meine Vermutung, nicht so sehr auf ihre Gesundheit achten, wie vielleicht Frauen. Erstens stimmt diese Hypothese und gibt es da Tipps und Anleitungen von deiner Seite dazu? Ich wäre kein professioneller Berater, wenn ich einfach Tipps und Ratschläge geben würde. Was ich tun kann bei dieser Frage ist daraus hinzuweisen, dass üblicherweise das krank macht, was als krankmachend empfunden wird. Also gerade Leistung ist ja nichts per se etwas Schlechtes, sondern sie ist vielleicht ein empfundener Leistungsdruck. Und hier abzuwägen, wo habe ich Ressourcen auch, um diesen Leistungsdruck auch zu relativ zu mindern oder eben auch Wege zu suchen, in einen Ausdruck zu kommen, der für mich auch belebend wirkt im Sinne von einem positiven Stress. Das ist etwas, was man sicher sagen kann. Und auf der anderen Seite natürlich gerade bei Männern, was ich immer wieder sehe in meiner Arbeit, ist der Zugang zur eigenen Emotionalität und zum eigenen Körpererleben wesentlich. Und hier gibt es schon eben auch Varianten aus der Arbeit, gerade wenn Männer eben in der Führung sich sehr stark in den Arbeitskontext auch hineingeben, zu schauen, was gibt es noch für andere Bereiche der Zeitgestaltung, die mich auch beflügeln können. Und dann eben auch den Zugang zu finden zu ihrer eigenen Emotionalität. Und das ist Arbeit, die eben gerade die Zusammenarbeit mit Harald Burgauner so spannend macht, zu versuchen, ein Feld aufzutun und dieses Thema im betrieblichen Kontext eben auch aufzutun. Weil was er gut kennt, ist das Thema, wenn die Gewalt schon passiert ist. Und ich komme dann später im Referat noch darauf zurück. Der Ansatzpunkt versucht insgesamt im betrieblichen Gesundheitsmanagement dorthin zu schauen, wenn Menschen noch handlungsfähig sind, wenn Menschen noch in der Organisation sind, noch nicht erkrankt sind. Aber man merkt zum Beispiel, das Fehlzeitenverhalten verändert sich. Sie werden eben fahriger, wie in diesem Beispiel des Innendienstes. Und hier als Führungsperson, gerade als männliche Führungsperson, dann auch hinzuschauen und diese Menschen auch anzusprechen. Ich glaube, man kann besser hinschauen und ansprechen, als in dem immer noch gültigen Paradigma zu leben als Führungsperson. Ja, berufen, privat, das gehört getrennt. Weil am Schluss hat dann die Führungsperson das Problem, wenn es dann nicht mehr aufgeht mit dem Team, mit der Führung aufgrund einer Langzeiterkrankung. Vielen Dank. Ich freue mich auf deine künftigen Ausführungen. Dankeschön. Gut. Jetzt haben wir uns dem Menschen in der Organisation zugewandt und das ist ein wesentlicher Teil. Human Capital Management sagt man ja dann oft. Der Mensch in der Organisation als Mensch und Faktor für Produktivität, für gemeinsames Zweck erreichen, sowohl in Non-Profit-Organisationen, wie du Matthias auch gesagt hast, dass du diese Non-Profit-Organisationen, ehrenamtliche Arbeit und betriebliche Arbeit, wo dann vielleicht auch die Haltung entstehen kann, ich bekomme ja meine Genugtumsumme, meine Genugtumsumme Ende Monat für das, was ich tue. Und jetzt im zweiten Teil geht es eben genau um diese Summen. Wir haben am Anfang oder vorher vor der Übung die BUS-Studie gesehen mit diesen 225 Milliarden Euro für Absentismus. Über die Zahl kann man sicher beliebig streiten, ob sie höher oder tiefer ist. Was unbestreitbar ist, dass Fehlzeiten kosten. Und zwar kosten sie direkt und indirekt. Direkt kosten sie, weil die Arbeitszeit einer Person ausfällt. Es gibt unproduktive Stunden, es gibt Lohnersatzkosten, die anfallen und es gibt vielleicht Kosten für Schäden, Anlageschäden bei Unfällen, wenn jemand unkonzentriert oder alkoholisiert zur Arbeit erscheint. Es gibt Stolperunfälle vielleicht irgendwo, unkonzentriertes Verhalten. Und es gibt dann eben auch Kosten für variable Versicherungsbeiträge. Das ist dann, wenn der Finanzchef dann mal kommt und sagt, jetzt ist Versicherung bei uns und erhöht die Prämien. Und dann merken oftmals Unternehmen, jetzt ist der Zug am Abfahren, jetzt stehen wir vor einer Situation, wo wir schauen müssen, wie gehen wir wirklich mit dem Thema Gesundheit in unserem Unternehmen um. Weil jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5 beliebig viele Fälle gehabt, die in eine Langzeiterkrankung bekommen sind und dann erst Massnahmen zu ergreifen versuchen, wenn es dann um das Thema Kosten dann geht. Dieser Teil, der ist oftmals noch offensichtlich. Der Teil, der weniger im Bewusstsein ist, ist die indirekte Betriebsfähigkeit, das ist eine schriebliche Gesundheitsfolge von Kosten. Es gibt einen Wertschöpfungsentgang bei Abwesenheit. Es wird kein Wert mehr geschöpft. Es gibt Zusatzbelastungen für Anwesende, Teams. Das hat das Beispiel auch mit Lukas in diesem Innendienst-Thema auch aufgezeigt, wie das Team kompensieren muss und je nach Teamstruktur auch retten will. Und kommt es dann bei solchen Teamstrukturen zu Fluktuationen, dann entstehen Fluktuationskosten. Implizites Wissen geht verloren, vielleicht sogar Wesentliches. Wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten, das zusätzlich noch unter Fachpersonalmangel leidet, haben Sie Fluktuationskosten, die anfallen. Sie müssen neue Mitarbeitende einarbeiten. Und eben dann Stellvertreterinnen, während dem das Team sich selbst stabilisiert oder Aushilfen temporär eingestellt werden, dann irgendwo einarbeiten. Die verdeckten Kosten, die sind jeweils schwierig zu bemessen. Es geht um Themen wie Leistungspotenzial. Wie stark wird ein Team oder eine Organisation eingeschränkt in ihrem Leistungspotenzial? Konzentration bei Überforderung weiß man. Konzentration nimmt gerne mal ab. Es geschehen dann wieder mehrere Schäden durch Unfälle. Die Motivation kann sukzessive abnehmen. Die Qualität der Arbeit, der Resultate der Produkte kann abnehmen. Und schliesslich das Image des Unternehmens kann leiden. Wenn man dann einmal hört, draußen unter zwei Menschen, wenn die eine die andere fragt, du, ich möchte mich gerne bei dem Unternehmen XY bewerben. Kannst du mir das empfehlen? Soll ich mich dort bewerben? Und die andere Person gibt zur Antwort, besser bewirb dich dort nicht, wie wenn du dort hingehst, dann wirst du krank. Solche Botschaften höre ich da und dort immer wieder mal. Und das dann wirklich betriebswirtschaftlich in Kosten umzumünzen, das ist relativ schwer. Wesentlich ist einfach zu berücksichtigen, dass es eben diese indirekte betriebliche Gesundheitsfolgekosten, dass es die gibt. Man kann das auch rechnen, ganz betriebswirtschaftlich. Es gibt diese Realität, dass man einen Umsatz hat, Return on Sales, Personalaufwand, das ist dann wirklich so die ganz betriebswirtschaftliche Seite. Keine Angst, wir kommen jetzt nicht in eine finanzwirtschaftliche Lektion eines BWL-Studiums, sondern was hier wirklich wesentlich ist, darauf hinzuweisen, dass man in einem HR-Controlling solche Kompetenzen auch aufbauen kann. Und wie in diesem Beispiel auch einen Tagessatz rechnen kann, des Wertschöpfungsentgangs pro Person pro Tag, direkt gerechnet, gibt hier in diesem Beispiel etwa 450 Euro. Und wenn man in der Schweiz nimmt man etwa so üblicherweise den Faktor 2,5, der die indirekten Kosten mit einberechnet. Im österreichischen Fehlzeitenreport 2020 rechnet man etwa mit einem Faktor von 1,8. Also irgendwo so zwischen, ich würde sagen, 1,5 und 3. Je nach Branche und was auch innerhalb Einschätzungen von einem Führungsteam auch dann als angemessen erscheint, kann man den direkten Wertschöpfungsentgang noch hochrechnen. Und dann sehen wir mit diesem Faktor 2,5, dass in diesem Beispiel ein totaler Wertschöpfungsentgang pro Person pro Tag total etwa 1.100, 1.200 Euro beträgt. Und das dann gerechnet auf Sollarbeitstage bzw. auf effektiv angefallene Fehlzeiten, das kann dann doch einmal eine erstaunliche Summe geben, einerseits direkt gerechnet oder eben dann noch mit einem Aufschlag zum indirekten Wertschöpfungsentgang. Hier können Steuerungsinstrumente, Steuerungskonzepte eingeführt werden im HR Controlling oder auch im Finanzcontrolling, die eben das Thema Gesundheit von einer sehr betriebswirtschaftlichen Seite her dann auch aufnehmen. In meiner Denklogik arbeite ich so mit drei Phasen im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Zum einen berücksichtige ich die Prävention, dann die Früherkennung und Intervention und zuletzt dann die berufliche Reintegration Langzeit erkrankt. Das sind die drei grundsätzlichen Säulen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. In der Vergangenheit, Sie sehen die Gesundheitskostenkurve, wurde viel investiert im Bereich der Prävention. Es ging um ergonomische Arbeitsplätze, es ging um Pilates-Kurse, Yoga-Kurse, Fitness-Abos, Events, Referate, Vorträge zur Sensibilisierung der Prävention. Das ist alles sehr gut und lohnenswert, das zu tun, weil es steigert auch die Motivation und die gefühlte Gesundheit eines Mitarbeitenden, wenn er weiß, mein Arbeitgeber tut etwas für meine Gesundheit. Ich kenne das aus meiner Zeit als Physiotherapeut, nur schon das Gefühl, ein Fitness-Abonnement gelöst zu haben, macht mich schon ein bisschen kräftiger und stärker. Brauchen muss ich es ja dann vielleicht doch nur einmal im Monat, obwohl ich täglich gehen könnte. Die Schwierigkeit in der Prävention ist jeweils, dass es ein Gießkannenprinzip geben kann. Man setzt eine Maßnahme, die eben mehr den Aspekt eines Fringe Benefits erfüllt, aber nicht wirklich im Sinne einer Wirkung für die betriebliche Gesundheit angebunden an eine konkrete Herausforderung, dem das Unternehmen gesundheitlich gegenübersteht. Das bringt vielleicht wenig, wenn man ein Fussballturnier organisiert in der Prävention für die Fitness, wenn das Unternehmen hauptsächlich psychische Beeinträchtigungsbilder im Alltag dann auch zeigt, beispielsweise. Dann auf der anderen Seite bei der beruflichen Reintegration Langzeiterkrankter, dort weiß man, dass die Kosten sehr hoch sind, die Gesundheitskosten und der Nutzen je investiertem Euro eben relativ tief ist. Es braucht viel, um einen Menschen wieder zurück in den Arbeitsprozess zu reintegrieren. Wenn es gelingt, dann ist viel gelungen, auf jeden Fall, zu einem so späten Zeitpunkt, wenn eine Person wieder reintegriert werden kann. Es gibt ja dann auch, je nach Unternehmen, die Kultur, dass man dann roh ist, wenn die Kasse gewechselt wird und man die volkswirtschaftlichen Kosten nicht tragen muss. Im Sinne eines Case Managements. Unternehmen aber, die eine Haltung haben für die Reintegration, zu schauen, dass Menschen am Arbeitsplatz auch bleiben und dass grosses individuelles Leid, grosses Leid in Familiensystemen, existenzielle Themen, das mit einer Krankheit immer wieder mitkommt. Wenn solche Haltungen in Aufsichtsräten, Geschäftsführungen und Führungsteams, wenn die beginnen, vermehrt auch Einzug zu halten, dann kommt fast schon zwingend die Frage, ja was tut man dann? Wie geht man mit dem Thema betrieblicher Gesundheit effektiv um? Und was ich hier sehe immer wieder ist, dass der Bereich Früherkennung und Intervention, dass der unbekannt ist, dass der auch oftmals vernachlässigt wird. Die Herausforderung hier ist, dass Führungspersonen lernen, Themen anzusprechen. Zum einen. Zum anderen, dass Mitarbeitende sich in einem vertrauensvollen Unternehmensklima auch befinden, wo sie sich trauen, ihrer Führungsperson auch anzuvertrauen, dass es ein Problem gibt. Der Klassiker, Menschen kommen oftmals Freitag oder Montag nicht zur Arbeit. Das Team baut das Bild auf, diese Person war wieder feiern und macht so das Freitagsfeier, das Montagsfeier. Was man nicht weiss, dass in Realität dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiter Arbeitende in eine Beziehungskrise stürzt, dass diese Person vielleicht in einer Scheidung ist, dass eine finanzielle Überschundung passiert oder dass andere Probleme dann noch auftauchen und dann aus Sicht des Unternehmens diese Person entsprechend stigmatisiert wird. Und wenn man hier früh intervenieren kann, interveniert im Sinne einer professionellen Haltung, dass der Verlauf der Langzeiterkrankung früher unterbrochen werden kann und man mutig in eine Reintegration sehr früh bereits einsteigt, um eben die Risiken oder die Themen, die ich vorhin auf der Kostenseite skizziert habe, zu mindern bzw. zu vermeiden. Ich habe von Mut gesprochen und es war einmal und ist noch die Angst. Menschen sind konfrontiert mit Angst. Jeder hat Angst. Angst darf integriert werden und als normales Gefühl auch angenommen werden. Es darf auch mal als Unsicherheit bezeichnet werden. Es muss nicht immer gleich Angst sein, sondern kann auch eine Befürchtung sein. Es gibt andere Formulierungen dafür. Was wichtig ist, zu wissen ist, dass Angst lähmt. Angst ist Hindernis für Entwicklung. Und auf der anderen Seite tut eben Mut gut. Und was ich Ihnen zum Schluss dieses Webinars mitgeben kann, ist Mut tut gut. Wagen Sie Aufrichtigkeit und emotionale Transparenz in Ihrem Führungsalltag, in Ihrem Unternehmensalltag, im Arbeitsalltag. Achten Sie auf eine Balance zwischen emotionalisieren und rationalisieren. Bieten Sie klare, transparente Kommunikation an und schauen Sie, dass Sie Wege finden, Beziehungen konstruktiv zu gestalten, von Mensch zu Mensch, im Sinne von ich bin okay, du bist okay und wir schauen gut zueinander. Nehmen Sie auch die eigenen Grenzen wahr. Das Helfen und das Retten wollen ist ebenso eine Gefahr wie das Wegschauen. Hier braucht es eine saubere Bewusstheit, wo liegen meine Kompetenzen, auch meine sozialen Ressourcen und Fähigkeiten, schwierige Gespräche zu führen. Es gibt immer wieder Führungspersonen, die es gut meinen und das Gegenteil von gut ist oftmals nicht böse, sondern gut gemeint. Und schauen Sie, dass Sie Ihre inneren Wirklichkeiten erleben und gemeinsam mit Ihren Mitarbeitenden im Team Realitäten gestalten, damit Sie eben im Unternehmen mehr Lebendigkeit erfahren können und eben auch den Mut finden, dies dem Lebendigen in der Organisation auch mehr nachzugeben. Wir reisen gegen das Ende des Webinars noch einmal zurück, gedanklich in das Jahr 1895, in das Jahr, als die Bilder laufen lernten und dort haben die Lymia-Brüder mit ihrem Cinematografen dieser geschlossenen Gesellschaft noch einen zweiten Film vorgestellt. Und dieser Film, der zeigt die Einfahrt eines Zuges in der Stadt La Ciudad. Es ist erzählt, dass in diesem Saal 1895, in dem diese Menschen den Film angeschaut haben von dem Zug, der in den Bahnhof hineinfährt, aufgesprungen seien vor lauter Angst, weil sie geglaubt haben, der Zug, der würde sie überrollen. Und so ist es eben auch manchmal mit Ängsten. Sie entpuppen sich als hohle Gespenster und die Erfahrung danach, die hilft dann auch wieder damit umzugehen und eben dann im Kino mehr ein positives Gefühl haben, nicht das Gefühl zu haben, der Zug, der überfährt mich, sondern den Genuss zu haben, das was auf der Leinwand geschieht, auch wirklich geniessen zu können. Ich lasse Ihnen den Film Ankunft des Zuges in La Ciudad noch laufen als Inspiration und Ausklang für die gesprochenen Worte. Und wenn Sie mögen, dann denken Sie während des Films noch darüber nach, wie Sie sich zu Ihrem mutigen Handeln selbst auch stimulieren. Und danach stehe ich noch für einen Austausch, für ein Gespräch über Chat oder mit dir, Matthias, gerne noch zur Verfügung für Fragen und Anmerkungen, sei es zum Leaderscare Simulation oder zu allgemeinen Inhalten meines Webinars. Viel Vergnügen mit dem Zug, der in der Stadt La Ciudad 1895 einfällt. Ja, das war die Einfahrt des Zuges in der Stadt La Ciudad. Nutzen Sie meine Ressourcen für Ihr Unternehmen, für Ihre individuellen Fragestellungen. Wie Martin Buber gesagt hat, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und so versteht sich die Synopsis Organisationsentwicklung GmbH, dass echte, wirkliche Begegnung gefördert wird. Und dass Organisationen sowohl psychisch wie auch im Sinne der Performance an das Lebendige der Organisation hinkommen und sich weiterentwickeln können. Nun stehe ich für Fragen gerne zur Verfügung. Ja, lieber Armin, vielen Dank für deine Ausführungen. Lade Sie auch gerne, liebes Publikum ein, Fragen zu stellen. Schreiben Sie es in den Chat rein. Ich persönlich habe mir jetzt noch kurz was ausgerechnet und mitgeschrieben, weil ich doch irgendwo beeindruckt war von diesem Zug, vielleicht nicht vom Zug, sondern von der Jahreszahl. 1895, das klingt uralt, keiner kann sich erinnern. Es sind, wie hat man es ausgerechnet, 126 Jahre. 126 Jahre in der Menschheitsgeschichte ist ein Wimpernschlag. Und ich habe jetzt noch dazu gerechnet, 126 Jahre in die Zukunft gerechnet. Dann würden wir uns im Jahr 2147 befinden. Und meine Frage geht jetzt an den Märchenerzähler, sozusagen an den zertifizierten Märchenerzähler. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Hast du eine Idee, wie wird die Welt im Jahr 2147 aussehen? Oder wie werden die Menschen im Jahr 2047 von uns denken, wenn sie dann dieses Webinar vielleicht noch vorfinden und vorspielen und sagen, schaut euch das an, das haben die damals gemacht. Das würde mich interessieren. Das haben die damals gemacht. Es gibt ja im Nazca Valley gibt es ja diese grossen Steinfiguren, wo man heute noch rätselt. Wozu hat man die eigentlich dorthin gebaut? Waren das Signale für Außerirdische oder war das einfach ein Ritual in diesem Nazca Valley? Das sind so die mythologischen Themen, die ja dann interessant sind, darüber nachzudenken, was ist und was war. Es gibt in einem Buch von Volker Klotz den schönen Satz, es heisst Erzählen, das Buch, den schönen Satz. Erzählen heisst Vergangenes vergegenwärtigen. Und das Zurückschauen in die Vergangenheit, das gibt ja auch immer wieder Lernpotenzial, um in die Zukunft zu gestanden. Das Schöne, wenn du mich als Märchenerzähler ansprichst, Märchen sind losgelöst von Zeit und Raum und sie sind freigestaltbar. Und so verstehe ich auch Organisationen. Ich glaube, eine Prognose abzugeben, wie die Welt dann sein wird, ist schwierig. Es gibt Zukunftsforschere, es gibt Menschen, die das schamanische Wissen heute in Anspruch nehmen. Ich halte mich da eher an ein Paradigma zu sagen, ich handle im Hier und Jetzt so, sehr konkret und gestalte damit die Zukunft. Ich meine, was heute hilft in Organisationen, ist mehr wieder zu lernen, zu reflektieren, mehr auch lernen zu philosophieren, im Sinne von die Weisheit auch wieder neu zu entdecken, neue Lernerfahrungen zu machen, spielerisch zu tun, mehr zu experimentieren und Organisationen weniger mechanistisch zu verstehen. Ich sehe das immer wieder auch, wenn ich mit Märchen und Geschichten in Organisationen auch arbeiten darf, wie das freie innere Kind eben auch im Erwachsenen berührt werden kann und sich auch berühren lässt. Und das finde ich, das setzt immer wieder viel Potenzial frei für Organisationsentwicklungen und Organisationsgestaltungen. Mit Blick auf die Zukunft wünsche ich mir, beim Froschkönig heißt es, in Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, das ist das erste Märchen der Froschkönig bei den Brüdern Glimm. Und somit denke ich, das Wünschen ist gerade auch in dieser Zeit ein wesentlicher Aspekt, den wir uns nicht verbieten lassen dürfen, das wir auch für die Zukunft wünschen. Und somit wünsche ich einfach, dass die Zukunft so wird, wie wir sie gestalten und das haben wir zu einem großen Teil auch selbst in der Hand. Lieber Harmin, vielen Dank für diese ausführliche Antwort. Wenn ich mir die letzten Minuten so vergegenwärtige, also was bei mir sicher hängen bleiben wird, das habe ich mal ganz groß aufgeschrieben, Mut tut gut mit drei großen Ruffezeichen. Mut tut jedem von uns gut und Mut ist auch notwendig, um aktiv die Gegenwart zu gestalten und damit die Zukunft auch zu gestalten oder zu beeinflussen. Und das nicht nur, weil es mehr Spaß macht, sondern weil es auch rein ökonomisch Sinn macht. Wenn ich mich richtig erinnere, du hast so zwischen den Zeilen davon gesprochen, dass Salzburg eine sehr, sehr geringe Fehlzeitenstatistik ausweist. Habe ich das so richtig? Ja, also bei meiner Recherche war einfach auffällig in diesem Fehlzeitenreport von Österreich, dass das Bundesland Salzburg im Vergleich zu anderen Bundesländern eine auffällig tiefere Anzahl an Fehlzeitstunden oder Tagen aufweist. Und ja, da habe ich mich dann einfach mal gefragt, was könnte der Grund sein, dass das Bundesland Salzburg hier etwas anders macht als die anderen Bundesländer? Ich habe jetzt keine Antwort drauf, ich habe nur Vermutungen drauf. Salzburg ist ein wunderschönes Land, also es ist wirklich sehr, sehr lebenswert bei uns. Gerade im Bereich der Selbstständigkeit oder des Unternehmertums gibt es ja glaube ich auch Untersuchungen, die im Schnitt mehr arbeiten, länger arbeiten, dafür aber gesünder und zufriedener und glücklicher sind im Durchschnitt. Da mag Ausnahmen geben. Das wird alles mit reinspielen. Ja, es ist sehr schön, zeigt, dass wir hier in Salzburg uns wohlfühlen und wo sich der Mensch wohlfühlt, da wächst und gedeiht das Leben und auch die Wirtschaft letzten Endes. Von daher bin ich jetzt fast ein bisschen stolz, sozusagen Salzburger zu sein. Kennst du die Vergleichszahl in der Schweiz? Also was ich weiß, ist, dass die Tendenzen, die ich hier aufgenommen habe mit Österreich und Deutschland, also ich habe mich hier auf den EU-Raum konzentriert, statt ist, die strukturellen Themen sind dieselben. Also ich glaube, es geht ja auch weniger, um die Zahlen zu vergleichen, das männlich strukturierte, betriebsökonomische, sondern eben auch im Sinne eines Big Pictures zu sehen, dass sich überall, zumindest in Europa, die Tendenzen sehr vergleichen lassen und die Fragen für Arbeitswelt 4.0 und New Work bleiben werden. Wie geht man damit um? Und deswegen auch den Fokus in diesem Webinar auf die Strukturierung der Zeit. Wie strukturiert der Mensch eben in der Zukunft auch seine Zeit? Nochmal auf deine Frage zurück. Schön wäre es natürlich, schon in diesem Schlaraffenland einmal anzukommen. Ja, und beeindruckt hat mich auch dein Input von Unternehmen, die es wahrscheinlich auch gibt, wo es Empfehlungen gibt, dort nicht zu arbeiten, weil sie krank machen. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht im Sinne der Führungskur ist oder der Personen, dass das kein absichtliches Handeln ist, sondern vielleicht andere Umstände sind oder mangelndes Vermögen oder Hilfestellung in diese Richtung, weil das wäre ja ganz, ganz schlimm. Also ich kann mir das nicht vorstellen, weil wenn es den Menschen geht und sie sich wohlfühlen und gesundheitlich wohlfühlen und sich einbringen und positiv einbringen, dann entsteht ja so, so viel mehr an Mehrwert, als wenn das sozusagen die totale Kontrolle ist und man ständig in Angst lebt. Und genau wie du richtig geschildert hast, Angst lehnt. Also so gesehen, man belächelt es vielleicht so ein bisschen Thema Gesundheit und Gesundheitsvorsorge, betriebliche Gesundheitsvorsorge. Ich denke aber, dass das ein ganz, wirklich wesentliches Element ist. Und mein Zugang ist immer, es sind nicht die Firmen, die etwas machen, es sind immer die Menschen, die etwas tun oder nicht tun, sowohl von der Führungsebene als auch die Mitarbeitenden. Und diese Ressource heißt es schonend zu behandeln und sozusagen bestmöglich in ihren Potenzialen zu entfalten, zum Wohle aller. Also davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt. Das ist so wirklich mein Credo, mein Zugang seit vielen Jahren. Es ist der Mensch, der etwas bewegt und etwas tut, sozusagen. It is the people always. Es ist immer der Mensch, es ist nicht die Maschine, es ist nicht das Unternehmen. Die Menschen tun etwas oder sie tun etwas nicht. Ja, gut. Ja, vielen Dank Matthias für deine Ausführungen auch noch, die sich sehr mit meinem Beratungsverständnis auch decken. Ich meine auch, Menschen gestalten Organisationen und das Nutzen von Digitalisierungsmassnahmen sollen nicht einfach für die Digitalisierung eingesetzt werden, sondern wirklich auch zur Unterstützung eines bestimmten Organisationszwecks, dass dann am Schluss eben auch ein wirtschaftliches und ein Wohlfahrtsfortkommen für das Gesamte dann auch mit sich bringen soll. Ja. Gut, ich sehe noch kurz, ob es Meldungen aus dem Chat gibt. Wenn ich keine Fragen mehr sehe, zum jetzigen Zeitpunkt ist es natürlich auch möglich, Fragen im Anschluss zu stellen, per E-Mail zum Beispiel. Damit bedanke ich mich sehr, sehr herzlich, lieber Armin Zisamer. Wirklich herzlichen Dank für dein lebendiges, märchenerzählendes und gleichzeitig auch anspruchsvolles Referat für deinen Vortrag. Bei Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, möchte ich mich auch sehr, sehr herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Weiters möchte ich mich bedanken bei unserem Fachgruppenbüro der UBIT in der Wirtschaftskammer Salzburg für die Organisation. Namentlich bei unserem Geschäftsführer Herrn Dr. Martin Niklas, sowie seiner Assistentin Frau Susanne Knaus und heute für die Technik bei Frau Katharina Krabat und natürlich bei unserem UBIT-Obmann Mag. Hansjörg Weitgasser, der diese Dinge auch immer wieder forciert und einfordert. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sollten Sie weitere Fragen oder Wünsche an unsere Expertinnen und Experten in der Unternehmensberatung haben, dann wenden Sie sich bitte an das Fachgruppenbüro der UBIT in der Wirtschaftskammer Salzburg. Wenn Sie die Präsentation wünschen, dann können Sie diese auch direkt bei Armin Ziesemer unter der E-Mail-Adresse info.synop-sys.at bestellen. In diesem Sinne sage ich vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein und alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal. Danke und auf Wiedersehen. Auch einen schönen Abend und bleiben Sie gesund, psychisch wie physisch.